verdammt ich war so weit ich kann es einfach nicht lassen nein ich muss ihn angreifen jetzt ist er wieder nicht hier drin ich habe ein problem kommt er oder geht er er geht okay und wo ist die andere wache da abwarten 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 okay er kommt erledigt kommen wir zu nummer zwei als maul schnell und leise verdammt der andere kommandant ist nicht hier egal okay war doch wieder einfacher als ich dachte jetzt muss ich hier durch ohne vom fetten gesehen zu werden dazu brauche ich eine menge munition und das ding hier okay er kommt er kommt er kommt er kommt solange kann ich ja noch ganz kurz die waffenverbesserung machen genau für die maschinenpistole das nagelgewehr auf geht's sehr schön okay er ist vorbeigestampft läuft er jetzt wieder zurück wie lange bleibt er hier stehen der läuft wieder zurück ich habe nur ein mini zeitfenster ein richtiges mini zeitfenster ganz ruhig jetzt auf geht's geschafft das hätte auch böse enden können okay weiter die tür nach draußen New Orleans zum alten American Bank Gebäude dort haben sich Horten und seine Leute verschanzt finden sie sie gewinnen sie sie für unsere Sache ach du scheiße American Bank als wäre der Dollar noch was wert es werden tatsächlich alle abgeschlachtet runterspringen auf geht's und scheiße alle tot ich gehe von irgendwo anders rein warte mal komme ich auch hier rein das sieht gut aus ich bin im Gebäude wow oh fuck oh fuck okay echt aufpassen wow scheiße verdammter Drecksköter verdammter Drecksköter Zeit das gleiche mit euch zu machen ihr Dreckschweine wie wär's okay 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 die Straßen sind voll mit Wachen ich muss mich beeilen wieder ins nächste Haus Munition okay okay ho 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 überraschung heute ist Weihnachten aber für dich gibt's kein Geschenk nur für mich scheiße 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 ab ins nächste Haus shit fuck hoffentlich sieht er mich jetzt nicht oder die Leiche das war aber knapp alles gut alles gut jeder ein paar Regimearschlöcher ins Jenseits geschickt und keiner hat was bemerkt ich höre aber was bestimmt ist er über mir ein kleines Bad könnte mir guttun ich kann die Tragödie nicht rückgängig machen aber die Verantwortlichen bestrafen oh ja und das werden wir die Verantwortlichen werden bluten dafür durch den Bus vielleicht ach du scheiße Hinrichtungen und ne Menge Soldaten Schimarschlöcher okay schön leise was gut 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 er hat nicht mal gesehen dass sein Kumpel umgefallen ist wie rücksichtslos okay was hey Kumpel fang sehr gut ja mit den Batterien und weiter geht's kommt man hier durch keine Chance verdammt den habe ich ja ganz übersehen hier Mist naja hier haben sie alle hingerichtet ok mach ich den bloß platt er hat mich noch nicht gesehen die Sicht wird wohl ein bisschen eingeschränkt vielleicht komme ich hinter ihn schön leise ok ist nur noch er zack da läuft alles aus und das scheint ihn nicht zu interessieren wo kommt das Geplätscher her keine Ahnung tja dumme muss man bestrafen was ok jetzt ist er tot wie wärs mit einer Abkürzung durch dieses Gebäude ja keine schlechte Idee nein das brauche ich nicht schmeiß den Scheiß weg ich muss nur einen Eingang finden na er sieht doch einladend aus ach du Scheiße in diesem Gebäude wimmelt es wieder von Soldaten und natürlich Kommandanten bei Fuß das hat sich nicht gut angehört bei Fuß hört sich an wie verdammt warum komme ich hier nicht durch ein verdammter Köter ist hier irgendwo hallo komisch keiner zu sehr zu früh gefreut shit ein riesiger Raum ich habe keine Ahnung wo die Kommandanten sind ok weiter ist niemand zu sehen was Gott uuuh das war ziemlich laut aber in letzter Sekunde ich weiß nicht wie es da oben aussieht noch ne Wache was zum Teufel ha ja leg dich hin und bleib liegen Arschloch gut 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 shit zwei Stück erledigt das hört sich nicht gut an scheiße schnauze 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 Das war's mit deiner Verstärkung. Okay. Ist erledigt. Okay. Okay, 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 okay. Muss nur noch die restlichen Soldaten töten. Scheiße, wo ist der Ausgang hier? Ich bin hier. Ich versteck mich nicht. Kommt schon. Ah. Au. Au. Ah. Ah. Oh Gott. Ja, komm, ich bin in der Animation stecken geblieben. Ach, verdammt.